Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute wieder mit einer neuen versteckten Errungenschaft unter Wunder der Welt. Sie heißt, so frage ich, bist du ein Mensch? Fasse das erste Mal ein mysteriöses Zauberbuch. Genau, ich wollte gerade sagen, fasse an, aber es geht tatsächlich ums Fassen. Ich kann es euch gerade leider nicht demonstrieren, ich habe gerade überall geguckt, aber ich glaube, ich habe in den Bereichen, die ich bereits freigeschaltet habe, schon alle mysteriösen Zauberbücher leider gefunden. Jedenfalls ist es relativ einfach zu finden. Das sind so pinke Bücher, die mal durchsichtig sind, also die können sich unsichtbar machen, aber die bewegen sich immer ungefähr im gleichen Bereich. Hier müsste auch eins sein. Und zwar befinden wir uns gerade im Bezirk Nostal in dem verlassenen Unterwasserschloss, verblassenes altes Schloss, das hier unter Wasser sich befindet. Und hier fliegen halt überall diese Zauberbücher rum. Und ihr braucht diese Mechanik, die man hier auch freischaltet, diese Sinfonie. Und wenn ihr die aktiviert und in der Nähe von so einem Buch seid, dann friert das Buch in der Luft ein und ihr könnt es einsammeln und dann später auch in einem der Bücherregale, in eins der Bücherregale einsetzen. Das heißt, ihr müsst quasi hier rumlaufen, bis ihr so ein schwebendes Buch findet. Wie gesagt, das ist so pink und in der Luft. Und dann drückt ihr einfach, wenn ihr in der Nähe seid, die Taste E, nachdem ihr das hier aktiviert habt, diese Mechanik hier unten. Und das war es eigentlich auch schon. Relativ einfach zu bekommen. Die meisten von euch hatten sie wahrscheinlich schon. Aber für diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, ist das auf jeden Fall der Weg zur versteckten Errungenschaft. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao. Outro 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 Vielen Dank.